Ich heiße Segekosan Drücke, bin Ergotherapeutin und wir befinden uns in meiner Praxis in Notteln. Ergotherapie ist ein medizinisches Heilmittel und wird von den Ärzten verordnet. Die Ärzte stellen die Diagnose und wir versuchen die optimale Therapie für Sie zu machen. Wir wollen, dass Ihre Lebensqualität, Ihre Handlungsbereitschaft verbessert wird. Sie sollen wieder voll im Leben teilnehmen können. Die Motivation für meine Arbeit ist der tägliche Umgang mit den Menschen. Die Freude, die die Menschen mir wieder zurückgeben und die Dankbarkeit. Ja, das macht mir sehr viel Freude. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020